Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1388. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. So ist das Leben. Da kann man nichts machen. Du musst es akzeptieren. So ist das Leben. Da kann man nichts machen. Du musst es akzeptieren. So ist das Leben. Da kann man nichts machen. Du musst es akzeptieren. Fleischbällchen in Tomatensauce sind eine beliebte Wahl für das Mittagessen, besonders bei Kindern. Fleischbällchen in Tomatensauce sind eine beliebte Wahl für das Mittagessen, besonders bei Kindern. Fleischbällchen in Tomatensauce sind eine beliebte Wahl für das Mittagessen, besonders bei Kindern. Es ist langweilig hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist langweilig hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist langweilig hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Rente reicht für viele schöne Urlaube an der Nordsee. Meine Rente reicht für viele schöne Urlaube an der Nordsee. Zwei Schwestern sitzen in einem Zimmer auf einem Bett mit einem großen Teddybären und lesen ein Märchen in einem Buch. Zwei Schwestern sitzen in einem Zimmer auf einem Bett mit einem großen Teddybären und lesen ein Märchen in einem Buch. Zwei Schwestern sitzen in einem Zimmer auf einem Bett mit einem großen Teddybären und lesen ein Märchen in einem Buch. Ich habe bis spät in die Nacht gelernt. Morgen ist die Prüfung. Ich habe bis spät in die Nacht gelernt. Morgen ist die Prüfung. Ich habe bis spät in die Nacht gelernt. Morgen ist die Prüfung. Ich singe zusammen mit meinen beiden Freundinnen und spiele Gitarre. Ich habe noch eine wichtige Frage zu diesem Thema. Ich habe noch eine wichtige Frage zu diesem Thema. Ich habe noch eine wichtige Frage zu diesem Thema. Leider konnte ich diesmal keine fünf Sterne vergeben. Die Lieferung kam zu spät. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Mache es nicht zu kompliziert. Einfachheit ist die wahre Eleganz. Mache es nicht zu kompliziert. Einfachheit ist die wahre Eleganz. Ich habe ein tolles hundefreundliches Hotel gefunden. Ich habe ein tolles hundefreundliches Hotel gefunden. Wollt ihr mich im September dorthin begleiten? Möchtest du diesen Weißwein probieren? Er wird in unserem Dorf hergestellt. Klaus hat mir mein Spielzeug weggenommen. Ich will es sofort wiederhaben. Klaus hat mir mein Spielzeug weggenommen. Ich will es sofort wiederhaben. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Wir sollten dieses wichtige Thema nicht hier auf der Treppe diskutieren. Komme bitte gleich in mein Büro. Ab und zu ist es auch notwendig, während der Arbeit eine kurze Pause einzulegen. Ab und zu ist es auch notwendig, während der Arbeit eine kurze Pause einzulegen. Du bekommst meine Stimme nicht. Du bekommst meine Stimme nicht. Ich kann dich dabei nicht unterstützen. Ich kann dich dabei nicht unterstützen. Ich lasse den Wind, das Meer und den Sonnenuntergang auf mich wirken. Wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Der Vertrag wurde mit einem Handschlag besiegelt. Das hat er auf meine Nachricht geantwortet. Ist das nicht süß? Das hat er auf meine Nachricht geantwortet. Ist das nicht süß? Das hat er auf meine Nachricht geantwortet. Ist das nicht süß? Mein Flug hat Verspätung, sodass ich noch etwas Zeit habe, um meine E-Mails auf dem Laptop zu checken. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Dann kommen jetzt auf meine Nachricht hin. Untertitelung des ZDF, 2020